Servus Leute, willkommen zurück. Für mich gab es heute den ganzen Tag Lernen, E-Mails schreiben, telefonieren. Ich bin ziemlich im Arsch, muss auch noch zum Training. Da kommt ihr natürlich mit. Vorher gibt es auch von mir ein kleines Natural Pre-Workout. Das zeige ich euch jetzt, weil darauf habe ich gewartet. Alles was ihr dafür braucht ist Schnee und der liegt endlich, deswegen geht es jetzt los. Komm schnell mit, komm schnell mit. Auf geht's, auf geht's. So, ich hoffe man sieht mich nach. Scheiße, kalt. Oh Gott. Fuck, es ist kalt. Ich sag's euch, das war eine Scheißidee. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.